hallo meine lieben let's play freunde undertaker heißt euch mal wieder herzlich willkommen hier auf seinen channel wir spielen heute wieder mal landwirtschaftssimulator 17 natürlich wo denn sonst in sosnovka im großen ganzen genau dort wo wir das letzte mal stehen geblieben sind ich lade hier gleich mal alles rein was wir das letzte mal auch zur verfügung hatten soda das ist hier mal sehen ob es eine handbra version wird eine handbra version maybe or maybe not ja also so wie ich mich kenne wird sicher eine ok leute also dann los gut 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 wir gehen mal hier und schauen wo unsere geräte stehen und bestücken die alle wieder mal mit einem helfer hier wo ist der kameradschnürschuh da hinten und da ist ja schon wieder mal passiert helfer hat einen vollen korntank ja wie gesagt leute wir bauen gerste ab und das füllen wir und stopfen wir alles in unseren silo hinein einfach so weil wir es können und vor allen dingen weil wir den silo voll haben möchten ein paar screenshots baue ich natürlich auch jedes mal hier fürs startbild ich weiß jetzt nicht welches ich diesmal nehme heute ist sonntag meine güte gestern war samstag ich war wieder drinnen und bin mit der maschine gefahren seit corona jede menge zu tun das ist echt unglaublich wirklich unglaublich so wie schauen wir da jetzt aus er fährt baut natürlich sonnenblumen an wir haben gesagt wir wollen mal hier eine sonnenblumen partie haben und er grubert brav nachdem wir dieses feld hier gepflügt hatten so mal hier in die runde schauen was auf jetzt machen wir uns gleich noch mal ein screen und zwar wenn da hinten er vorbeifährt 32 jetzt so und dann schauen wir mal mit der skipper das glaube ich das stört mich doch dass wenn ich hier fest gibt rücke dass die nicht weiterfahren warum eigentlich warum ist das so so wachstum ok 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 es ist noch nichts weiteres ernterei so ein pech aber auch wenn nicht müssten rasen machen mal hier so gesagt könnte mir eigentlich gleich auch machen aber warum warum werden ich das tun Das war's. Ja, Leute, so. Jetzt. Nein, machen wir nicht. Rasen können wir immer machen. So, wir schauen uns das mal hier an. Da ist im Moment noch nichts, was wir lohnend ausliefern könnten. Aber da könnten wir wieder mal Sachen quasi herkarren. So, und die sind hier, glaube ich, auch noch nicht so weit. Oder? Nee. Nee, die ist noch nicht verpackt und hat noch kein Schild oben. Das dauert auch noch ein bisschen. Aber hier könnte man auch Paletten herbringen und so weiter. Also, Rohmaterial ist immer gefragt. Das könnte man schon machen. Weil im Landwirtschaftssimulat gibt es ja immer was zu tun. Ist eben so. Na? Oh, meine Güte, da ist da weit vorne. Jetzt werden wir uns gleich ansehen, ob wir das Feld erst pflügen sollten. Was uns quasi unsere Experten raten. Überrasch. Gut. Wir brauchen wir uns gleich ansehen, weil wir uns hier dann noch einfachen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und hat dieses schöne grosse Feld für Mais vorbereitet. Freue mich schon drauf, wirklich. Das sind lauter gute Sachen. Aber ansonsten wird man dann hier heute ein bisschen Fahrt werden, oder? Oder nicht? So, du bist auch fertig, hast du gemeint. Dann starte die Motoren. Starte sie einfach. Starte sie einfach. Starte sie einfach. Und dann starte ich mich jetzt noch. Spanns, raus. Spanns jetzt bitte. Spanns, dann springen wir hoch. Und dann fahre uns auf. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. So, dann werden wir hier schon mal den Kollegen ins Rennen schicken, wenn unser Experte gesagt hat, immer vorausgesetzt. Wir haben ja gesagt, wir schauen nach. So, abgeerntet, abgeerntet, gedüngt, muss gepflügt werden, rot ist es nicht. Also, hurra, die Gämse. So, und das lassen wir natürlich einen Helfer machen, weil wir haben natürlich andere Sachen auch zu tun. Und der Helfer freut sich, wenn er Geld verdienen kann. Aber der nicht, der ist gleich wieder heimgegangen. Warum? Keine Ahnung. I don't know. Was, 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 was freut ihn nicht? So, aber jetzt. So, aber der, der fährt für das Geld. Wir zahlen ja auch nicht so schlecht, ja. Das ist ja überhaupt das Ärgste. Geht einfach heim. Wo Arbeiten ein Privileg ist heutzutage, habe ich gestern gehört im Fernsehen, dass Arbeiten ein Privileg ist. Wer heute eine Arbeit hat, ist ein Privilegierter. Kommt vom Chef von Café Isles. Das muss man sich mal vorstellen. Geht hier Thema gewesen, große Dings. Ja, hier die Gastronomen haben die Krise so schwer überlebt mit Corona und was weiß ich noch und hin und her. Kriegen jetzt eine Mehrwertsteuersenkung hier in Österreich von 20% auf 5% runter. Und der setzt sich hin und in einem Interview hier in Puls4, glaube ich, sagt er, Arbeiten ist ein Privileg. Man soll sich freuen, dass man Arbeit hat, auch wenn man weniger verdient. Ist das nicht toll, wirklich? Alle bekommen was drauf. Die Arbeitslosen, Kinderbeihilfe, also mit Einmalzahlungen und so weiter. Die Wirte. Aber die Systemerhaltenden, nicht. Das haben wir schon wieder lang vergessen. Und die Arbeiter sowieso nicht. Und in Wirklichkeit haben wir jetzt an dieser Kaufkraft nicht, weil die Leute jahrelang mit Nulllohnrunden und mit Lohnerhöhungen abgeschmeißt worden sind, die unter dem Wachstum, Wirtschaftswachstum waren. Jahrelang. Eigentlich seit 2000. Mit anderen Worten, seit Einführung des Euros. Na, ob das nicht ein bisschen früh jetzt hier war, Ob das nicht ein bisschen früh war, dass wir den hier fahren haben lassen, dass wir hier einen fahren haben lassen. Ja, wisst ihr Leute, und sowas, sowas stört mich einfach. Wir hätten auch mal hier das große Feld erst grubbern können. Das wäre auch eine Variante gewesen. Hier, linker Hand. Na, sehr super. War keine gute Entscheidung. Aber wir werden das Beste draus machen. Verlasst euch drauf. Ja, und das stört mich dann ein bisschen, wenn man wieder mal sieht, dass der normale Arbeiter leer ausgeht. Sowas stört mich. Es ist zwar geplant, dass man die geplante Steuerreform teilweise nach vor zieht. Schauen wir mal, wie viel das bringt. Eine teilweise nach vorne Legung. Das hört sich natürlich in Zahlen. Wenn es der Finanzminister präsentiert, immer unheimlich viel an. Aber schauen wir mal, was wirklich beim Arbeiter ankommt, im Geldbeissel. Ob das 100 oder 200 Euro im Jahr sind, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn die glauben, hurra, da gehen jetzt wieder alle kräftig einkaufen, das bezweifle ich stark. Aber ich habe immer gesagt, jetzt... No? Oh, 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 oh. Das ist jetzt aber hier... Seltsam. Ach so, diese Taste hier. Ah, ja, genau. Ich habe immer gesagt, nach dem Corona wird es erst so richtig losgehen. Da wird aufgeräumt. Wenn wir mal diese ganzen Phasen von wir bleiben zu Hause und so weiter hinter uns haben. und wir sind nun in dieser Phase, wo eben die Wirtschaft in die Knie geht. Wenn ich so mit Arbeitskollegen rede und denen ihre Bekannten, die sind zu Hause Kurzarbeit oder arbeitslos, Kurzarbeit bereits verlängert bis September hinein. Da kann man sich mal ausrechnen, was hier wirklich passiert. ... passiert. So, unser Helfer hat wieder einen fast vollen Korntank und das ist gut so, denn das heißt, dass er brav trischt und wir sind schon unterwegs. So, na jetzt haben wir es natürlich, wenn ihr euch das anschaut, das heißt, mit anderen Worten, unser Gruber wird den Case 2 einholen, aber dann soll er eine Pause machen, dann lassen wir ihn irgendwo, nö, was war das jetzt, bitte, hast du gesehen, Samen? Dann lassen wir ihn kurz einmal stehen, soll er ein Päuschen machen. Ich könnte natürlich auch drüben ansetzen auf einem anderen Feld und sagen, hey, mach mal das da drüben einstweilen. Das könnte ich eigentlich tun. So. Ui, diese Taste wollte ich. Ich habe die Tasten immer noch nicht ganz raus, ich fahre hier mit dem Logitech Game Panel für Farming Simulator. Ich habe mir das aus Spaß an der Freude zugelegt, eigentlich deswegen, weil es so einen kleinen Joystick drauf hat und ich mir gedacht habe, dieser Joystick, genau dieser Joystick macht sehr zeitzeigerlich aus, den will ich unbedingt haben, weil ich nämlich beim Holzmachen es da erheblich einfacher habe mit diesem Joystick. Das ist richtig. Das ist nicht nur eine Vermutung, sondern es stimmt tatsächlich. Ich tue mir leichter damit, ja. Und jetzt habe ich mir den natürlich konfiguriert für sämtliche, für sämtliche Sachen hier, sowie Ausbreiten des Fahrzeuges, also der Hilfsmaschine und so weiter und so fort, des Arbeitsgerätes, wenn ihr so wollt. Und mit dem arbeitet es sich echt super, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also ich arbeite irrsinnig gern mit dem. Und ich kann mir das LS-17 zocken kaum mehr ohne vorstellen. So, warte mal, ich glaube wir haben hier aber unseren Abtanker genau mitten im Feld stehen lassen. Der hat natürlich jetzt hier brav abgepunkert, aber steht natürlich mitten im Feld, in der Fruchtsorte und unser Drescher würde dann wegen dem stehen bleiben und das mag ich überhaupt nicht, weil das soll hier brav dieses schöne Längsfeld hier abarbeiten. Ich bin so, so stolz auf mich, dass ich das gemacht habe und dass ich das so super zusammen gepflügt habe. Weil das macht natürlich die Angelegenheit schon ein bisschen einfacher. So, Kamerad, du bist hier fertig, hast du gesagt. Ja, und somit hoffe ich heute, also heute, heute sage ich, heuer in diesem Jahr, dass unsere Gewerkschaft mal so richtig Lohnverhandlungen macht für die Arbeit in der Gesellschaft. Das hoffe ich wirklich und dass die mal so richtig auf die Kacke hauen und sagen, so hört mal, letztes Jahr sind wir siebenmal zu Kreuze gekrochen gekommen zu euch Arbeitgeber. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass ihr die Arbeit deswegen habt, weil ihr sie, dass ihr Arbeiter beschäftigt, weil ihr sie alleine nicht mehr bewerkstelligen könnt. Und um euch das mal klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen, sind wir auch gerne bereit, die Maschinen stehen zu lassen. Das heißt, wenn wir jetzt noch einmal hierher kommen und mit euch keine Lösung haben, stehen die Maschinen. So soll es mal sein, hier in Österreich, dass da mal was weitergeht, weil Corona ist nämlich nicht das Schlimmste, was einem Arbeitgeber, glaube ich, passieren könnte. Weil immer sind es die Arbeiter, die hier draufzahlen und draufzahlen sollen. Das sehe ich eigentlich nicht ein. So, dann stellen wir uns mal hierher, aber fahren lassen wir noch nicht. Wenn ich da oft nach Deutschland drauf schaue, IG Metall zum Beispiel, die hauen da anders auf den Putsch. Ja, das große Thema hier natürlich... Wenn man mit so einem Drescher unterwegs ist, ich möchte da nicht unbedingt neben ihm her fahren und abbunkern, wenn ich quasi die Frucht niederführe neben ihm. Gut, in dem Fall wäre es jetzt gegangen, weil das Rohr auf der richtigen Seite ist, habe ich bloß verschlafen. Also viele, ich möchte da nicht ganz schön. Ich möchte hier jetzt noch mal, wenn ich da nicht überrascht. Ich möchte da nicht ganz schön, weil es da nicht ganz schön ist. Weil ich da nicht sehr gut wie ein bisschen, weil ich da nicht so ein bisschen bin, dass du dann nicht so ein bisschen verliefst. Ich mache mir, dass du dann vielleicht wieder um dich zu ändern. Es geht nicht einfach. Ich mache mir das nicht immer wieder, ich möchte nicht so gut, die hier in der Zeit sind chor. Ich möchte das nicht nur, dass ich mich kommentieren, dann dünnig, dass ich noch nicht so прост, dass du dann einfach zu lernen. Ja, dann kann ich mich das nicht so gut machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist echt ein unglaublich schönes Spiel, der LS17 wirklich und gefällt mir nach wie vor besser als der 19er, den ich mir dann auch zugekauft habe, mache ich auch nie wieder, nie wieder, wirklich, ich schaue mir hinkünftig die Produkte ums x-fache besser an, als dass ich einfach so, yeah, dieser Developer bringt ein neues Game raus, etc. Wenn da nicht wirklich Verbesserungen drinnen sind, wo ich sage, okay, da hat man wirklich Spielspaß dran, kann er schon vergessen, ja. Verschlimmbesserungen kaufe ich einfach nicht mehr zu, es ist einfach so. Ich glaube, das hat uns auch Corona gezeigt, dass das einfach so nicht weit gehen kann. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass sich das noch irgendwie ausgeht, dass sich das noch wenden kann und quasi den Drescher... Ja, leider. Hätte funktioniert, wäre wahrscheinlich knapp gegangen, aber nicht so, dass man hier mal links, mal rechts fährt, wie ein Passoffener, wollte ich gerade sagen, aber ist okay. Dann hat es halt nicht funktioniert. Das heißt, wir lassen den jetzt im Prinzip wieder anfahren und schauen, dass wir neben ihm herfahren und quasi nebenbei abbunkern lassen. Was? Wo du denn? Ja, wir sehen uns auch wieder. So, wir sehen uns jetzt. So genau habe ich mir das vorgestellt. 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 So jetzt schauen wir mal, der sollte eigentlich hier schon so weit sein. Oder kurz davor. Und wir können hier bereits mit den Ansehen beginnen. Und der Lindner fährt hier brav und zuverlässig, wie es nur ein Lindner kann. Und natürlich ein Steirer, made in Austria, österreichische Qualitätsprodukte hier im Ernährstoff. So das heißt, eine Bahn natürlich noch und dann sind wir hier mit den Grubern fertig und machen dann gleich oben am begonnenen Feld weiter. Und dann geht's mir das vorgestellt. 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 geht hier so hammer die pass mal auf erst mal hier die preise das hier ist was wir gerade rein fahren gerste hier ja da schauen wir sowieso mauki aus oder transportfirma gibt uns am gemüselager gibt uns am meisten mit 557 ok gut 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 ja gut ok sei es darum wir verkaufen ihn eh nicht braucht man nicht deppert um einander schauen was haben wir hier case bla 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 axel flow 105 tage bla 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 und so weiter und so fort hier im roten bereich das heißt den sollten wir mal servicieren lassen glaube ich aber das können wir dann machen wir können ja dann runter von waschen das ding mal und dann sind wir sowieso schon unten bei der werkstätte also da schauen wir recht gut aus so finanzen interessieren uns jetzt im moment nicht weil wir auch sehr wenig verkaufen ok was haben wir hier wollen zu 29 prozent 587 von was weiß ich wie viel wir haben genug wasser wir haben genug heu gras und die sauberkeit ist 100 prozent so und bei den kühen haben wir eine sauberkeit von 100 prozent wasser haben wir genug stroh haben wir genug gras haben wir genug und silage heu haben wir sowieso genug brennerei korn bagase kraftfutter haben wir nicht da müssen wir uns erst umschauen kraftfutter glaube ich könnte man sogar zusammen mischen kraftfutter wäre jetzt dann glaube ich zusammen gemischt bin ich mir nicht sicher aber was ist dann silage heu ok naja dann muss ich mich noch ein bisschen rein denken und das sind nachlesen ok güllegrube ist dementsprechend voll 4874 misthaufen bla 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 was immer ich auch mit dem misthaufen mache ich habe keine ahnung was ich mit dem misthaufen mache wozu 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 habe ich mir ein misthaufen ich weiß es wirklich nicht was könnte ich machen mit dem misthaufen kann ich das ausbringen aufs feld in mist wohin die gülle ja aber mist wie mit was muss ich mich auch noch ein bisschen schlau machen schau mal das gibt es bei den schweinen auch ich habe noch keine schweine ok aber es gäbe es bei den schweinen ich habe 44 schafe und sechs kühe na bitte so geht es dahin ok das sind die statistiken und hier wollte ich noch was nachschauen und zwar helfer genau helfer bedankung gülle der reste behälter bga dann kann ich hier aus kaufen güllegrube kühe schweine oder die gärreste behälter bga das heißt nämlich ich habe den es auf die bga eingestellt weil ich gleich mal hier ab einfach weil ich kann so und weil ich mit dem maus zeiger schon da waren so was ich sagen wollte ich habe hier so ein gülle fass mit dem ich fahren kann im prinzip und das werden wir auch machen nämlich nachdem wir quasi ein feld pflügen fahren wir gleich mit dem gülle fass nachher drüber wenn es wenn es geht ich hoffe dass es geht ich hoffe nicht dass man da erst eine fruchtsarte ansetzen muss so und jetzt können wir den hier in aller ruhe weiter grubbern lassen jetzt kommt er sich auch mit dem case 2 nicht in die quere und dann gleich rein hier wenn wir schon da sind und mit dem abtanken fahren denn das ist die letzte spur die wir jetzt quasi hier abernten mit dem case 2 und das geht sie natürlich alles locker aus wenn nicht einmal da hinten ist ein erntebereites feld und so weiter also wir könnten auch hier für bauer lars oder so mal hier den helfer machen zum arbeiten gibt es auf jeden fall genug hier im landwirtschaftssimulator 17 ich finde den super wahrscheinlich eines der besten spiele die ich mir je gekauft habe obwohl hier keine zombies zum jagen sind obwohl hier nicht irgendein gegner zu snipern ist oder dergleichen irgendein zauberspruch mit geheimen formeln auswendig gelernt werden darf nein hier werden einfach fruchtsorten abgebaut und das finde ich so genial wirklich das macht so viel fun ich hätte mir das nicht träumen lassen dass so ein simulator dermaßen viel spaß machen kann und das interessante ist sowohl in single als auch in multiplayer macht dieser simulator extrem viel spaß und das ist so 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 mit was ich aber nicht fahr das muss ich auch dazu sagen ich fahre hier nicht mit einem lenkrad ich habe eins und alles ist gut ja hier könnte man auch einen knauf besorgen obwohl ich hier bei diesem lenkrad auch keinen montiert sehe aber das lenken von den arbeitsgeräten finde ich dann mit der tastatur doch bei weitem einfacher weil ich ja auch gleich die maus daneben liegen habe und mit der maus dann dementsprechend den kamera winkel schwenken lassen kann und das ist eigentlich was ich so einfach finde und nicht vermissen möchte so da hört man unsere kühe und dann werden wir mal hier hinten schauen ob zum beispiel paletten wieder ab zum holen sind ob wir paletten ausliefern können und 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 also es gibt hier immer was zu tun allerdings müssen wir oder dürfen wir oder sollen wir mit diesen paletten dann müssen wir uns erst unseren friedchenwagen holen so 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 und jetzt würde mich erst mal interessieren wie viel haben wir denn schon rein gefahren wie voll ist denn der silo geworden bereits das schauen wir uns jetzt auch noch kurz an so hallo hier so gerste 307 963 sagen wir mal liter werden das sein ja das ist keine bezeichnung dort sowas stört mich immens aber was soll ich machen wir sind auf einem guten weg leute bei 500.000 gehen rein ihr seht in der kapazität und wir sind mit 307.000 sind wir echt gut unterwegs vielleicht geht sich das tatsächlich aus hier mit einer kompletten aussaat aller felder auf die erste wir werden uns das ansehen wenn wir annähernd auf 500.000 drauf kommen reicht uns das schon im prinzip und wir machen dann glatt mit mais weiter dass wir dann ansähen lassen und wir schauen einmal dass wir mit unseren nebenbei einnahmen und so ein bisschen so über wasser halten ja vielleicht verhökern wir auch den mais dass wir uns da oben mal das große feld kaufen können dass wir mit der schweine zu beginnen et cetera das wäre natürlich auch eine idee über das machen wir uns dann kopf zerbrechen wenn es soweit ist so wir packen erst mal hier unseren ja aber nicht so sondern hier so und den case 2 der da unterwegs ist so wo ist er wo ist er der kamerad schnür schon du den stellen wir jetzt auch erstmal darüber und wir lassen beinhard mal die gerste drinnen oder wir stellen ihn hier der längskante nach an so einfach mal hier aus dem weg so das ist das und das ist das und jetzt gehen wir her weil die gruben und säen hier total brav jetzt fahren wir mal mit ihm und schauen mal ob wir hier die kartonage ausliefern können ich weiß auch nicht entweder arbeiten die so langsam oder die hauen einfach kein pittel drauf was ist da los mit den burschen ich glaube eher sie arbeiten tatsächlich so langsam aber das wird ihnen nichts nützen wir nehmen ihn ach so ich kann ja jetzt dann gar nicht mit die gabel ist natürlich jetzt dann auf querformat eingestellt von den paletten her weil wir bei der nudelfabrik die paletten hier eigentlich fälschlicherweise von der querseite nehmen sollen das kein mensch macht außer außer wir weil weil irgendjemand die nudelfabrik so vorbereitet hat aber was sollen wir machen die nicht die der und dann verhökern wir das mal und zwar genau hier da fahren wir aber einfach nur drüber so wie gehabt und scheißen da nicht um das soll uns händisch abladen quasi und danke danke 4.309 euro mit dem halten uns quasi immer so ein bisschen über wasser so und jetzt werden wir mal schauen dass man ein bisschen hier in die gänge kommen und mal wiederum material zur verfügung stellen bis auf hier die nudelfabrik die lasse ich jetzt erst mal mit material zur verfügung stellen das mache ich vielleicht offscreen das ist nicht so einfach weil nämlich ich glaube nämlich ich habe nämlich die befürchtung dass erstens einmal bali ja so japan das ist mal klar das sind soja bohnen das hier ist meinte dürfte mais sein und bali ist glaube ich die erste aber ich bin mir nicht sicher verdammt noch mal und das muss ich erst nachschlagen ja und das möchte ich jetzt hier nicht machen ja weil ich mich von euch auf gar keinen fall aus auslachen lassen und deswegen werde ich das hier quasi offscreen wieder mal anfühlen ja wasser kann man machen aber wasser hätte man genug und wir haben hier auch noch 7671 und ich glaube das letzte mal wie man auf schaut haben waren es knapp 13.000 oder so also es wird hier schon einiges benötigt was ja auch klar ist weil er gearbeitet wird so was immer hier 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 jetzt machen wir mal einen zug durch die gemeinde die arbeiten alle brav so den hier wollte ich eigentlich wollte ich ihn nicht aber jetzt wo ich schon drin sitzt ist schon egal weil ich wollte nämlich vorher noch hier die paletten ausliefern aber das kann ich nachher auch machen wir müssen jetzt einmal erst hier mit dem käfer der läuft und läuft und läuft aber nur noch neun liter schieberit hat der wieder mal getankt gehört so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt sind wir auch hier bei unseren Schäfchen Und denen geht es super gut Die haben genug zu essen, die haben genug zu trinken Denen geht es einfach super, super gut Und das wollen wir Ihnen auch wünschen Weil wir wollen ja von diesen Schäfchen Eine Wolle haben Die wir dann in der Wollfabrik verkaufen Über kurz zu lang Und um das alles zu gewährleisten Haben wir natürlich hier Die ganzen Sachen, was wir brauchen Um dann eben umzuladen Und so weiter und so fort Und mit anderen Worten Wir holen uns dann quasi hier den Fan Und beladen hier hinten Diesen Pickup Truck Diesen Lieferwagen Beladen wir dann mit Den ganzen Paletten So Und Da sind wir schon unterwegs Mit dem Lieferwagen Und schauen mal Ob das so geht Wie ich mir das eigentlich vorstelle Und zwar Wir fahren jetzt dann im Prinzip Mit diesem Lieferwagen Lada Tiger Irgendwann Leute Irgendwann kaufe ich mir so einen Lada Tiger Vielleicht eine Urban Version Ich weiß es noch nicht Aber irgendwann steht er auf meinen Plan drauf Hätte ich so gern das Fahrzeug Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen Aber einen bitte mit Klimaanlage Und den dann ein bisschen Survival mäßig herrichten Und das wäre es Das wäre es So Bei wenig nehme ich mit diesem Gerät hier Mich nehme mein allerliebstes Palettenlager Hinstelle Dann müsste eigentlich eine selbsttätige Beladung stattfinden Was es aber nicht tut Okay Gut Macht ja nichts Spannkurte Plane schließen Motor stoppen Aussteigen Aussteigen Motor stoppen Spannkurte Plane anbringen Plane schließen women Temporat doch irgendwie hingebracht, dass der Typ hier quasi sich selbsttätig beladen hat, bilde ich mal zumindest ein. Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Bitte sag mir, wie habe ich das gemacht? Warum kann ich hier die Spannkurte zum Beispiel nicht? Stehe ich zu knapp? Stehe ich am Ende falsch? Aber ich bilde mir ein, ich bin da einfach nur hingefahren und schwuppdiwupp hat er hier einfach die Paletten auf, äh hoppala und schon an meine Teller. So schnell kann es gehen. Der hat doch bitte, ich meine, wie habe ich das gemacht? Ich meine, ich werde doch da nicht auf den Zentimeter hinfahren müssen, obwohl ich es könnte. So, was haben wir? Karte, Spann, Plane schließen, Plane öffnen. Okay, so vielleicht, aber auch nicht. Karte vergrößern, Spannkurte anbringen, lösen, Plane schließen, Motor stoppen. Objekt zu schwer, ja super. Also ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Ich bin jetzt hier echt ein bisschen konfus, aber ich bilde mir tatsächlich ein, der hat sich hier selbsttätig beladen. Ernsthaft Leute, tut er scheinbar nicht. Sei es drum, ist mir auch jetzt dann egal. Ich möchte hier jetzt nicht Stunden verbringen, um da eine selbsttätige Beladung oder Entladung, oder war das hier drüben? Hier drüben funktioniert es auf jeden Fall. Da brauchst du einfach nur hier in diesen Kästchen stehen bleiben und das war's. So, dann hole ich mir hier den Stapler. Wir haben ja alles zur Verfügung. Oder vielleicht ist das das Rätsellösung. Vielleicht muss ich quasi auf der anderen Seite stehen bleiben mit dem Gerät. Das können wir natürlich noch probieren. So, jetzt lassen wir mal den Stapler hier stehen. Braucht man normalerweise eine Sondergenehmigung, um hier über die Straße zu fahren, weil ein Stapler nicht für die Straßenbenutzung zugelassen ist. Ja, weil das hätte mich jetzt hier auch irrsinnig gewundert, wenn das von dieser Seite hier aus möglich gewesen wäre. Okay, pass auf, ich sage euch was. Ich belade das jetzt hier einfach mit dem Stapler. Wir können es ja sowieso. Also warum soll man das nicht hier mit dem Stapler beladen? So. 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 Na, ist das nicht herzallerliebst? So. So, und theoretisch könnten wir uns jetzt dann, na, einsteigen hier bitte, erstmal hier mit ein und denselben Arsch auf mehreren Kirtegen. So. 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 Das war's für heute. Vielen Dank. So, und wo ist der nächste? Du nicht, du. Dann klappt das erstmal ein hier, weil im Prinzip für dich ist jetzt die Arbeit auch fürs erste Mal erledigt. Wir haben im Moment kein Feld zum Grubbern. Wir haben im Moment. 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 So, und den Kameraden stellen wir uns erstmal hier her. Ja, schön solide in den Schatten. Wir haben im Moment. Da möchte ich eigentlich nicht rein. Wir haben im Moment. So, so quasi vom Fuß oder beim Durchzappen. Und deswegen habe ich mir das so eingestellt. das ist, dass ich quasi... Wir haben im Moment. Das war jetzt nicht unbedingt professionell. Wir haben im Moment. Aber was sollst du? Sir! Das Sachtomia. So, wenn man es natürlich anders drauf stellen würde oder ein bisschen knapper zusammen würde sich da noch ein dritter ausgehen, so sind es aber nur zwei, sei es drum. So, da haben wir mal die Spanngurte dran. Jetzt machen wir noch die Klappen rundherum zu. Plane schließen, Plane öffnen, das hat da hier leider Gottes keine Funktion, weil es ja ein Bridgenwagen ist und kein Planerwagen. Den gibt es ja in mehreren Varianten. So, und da sind wir schon unterwegs mit unseren wunderschönen Paletten. Und ich hoffe natürlich, dass man jetzt hier beim Abladen von den Paletten, dass das Stapler losgeht, dass man da quasi nur hinfahren muss, darf, soll, kann. So, Kollege, dich werden wir hier überholen. Wir haben es eilig, wir haben es wirklich eilig, wir müssen hier ausliefern fahren. So, wir können hier ausüblich, wir können hier ausüblich, wir haben es ein bisschen eine Ausüblichung. So, und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir einfach nur hier quasi rückwärts Ah, siehst du wohl, zack, zack, und haben wir schon ausgeliefert, ne, und so können wir mit dem natürlich jetzt wunderbar weitermachen und können da ein paar Paletten mal raufbringen Ja, siehst du wohl, zack, 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 zack. Ja, siehst du wohl, zack, zack, zack. So. Mal rennen. So, dann werden wir hier ein paar Paletten raufbringen oder werden wir uns das fürs nächste Mal aufbehalten. Ich denke, wir werden uns das fürs nächste Mal aufbehalten, werden hier den Stapler abstellen, fertig, Ende Gelände. Aber diesen Pritschenwagen, den lasse ich nicht hier stehen, denn wenn es regnet, ist er... denn wenn es regnet, tut das diesem Pritschenwagen nicht gut, deswegen werden wir den hier in unsere wunderbare Gerätehalle hineinstellen. So, meine Frau ist nämlich aufgestanden und ich habe vor, mit ihr einen Kaffee zu trinken und ein bisschen zu plaudern. So, das heißt, wir stellen den rein, wir playen sowieso schon eine Stunde, 25 Minuten. Das ist doch echt eine tolle Let's Play Time. Zack, rein da, stellen wir den hier in den Geräteschuppen und fertig, wiedersehen. Zumachen hier. Das ist eins der besten Teile, die ich in einem Add-on hier zugekauft habe. So, da, da. Und dann laufen wir da rüber zu unseren Stapler. Weil den lassen wir natürlich auch nicht so stehen hier. Sondern den stellen wir hier unter das Dach, damit wir wenn es regnet, nachher keinen Techniker benötigen, um den Stapler wieder anzuwerfen. So, ein letzter Blick noch auf unseren Seemaschinen-Spezialisten, welcher seht. Der ist hier brav unterwegs. Und das heißt, wir werden trotz alledem hier unser Let's Play beenden. machen noch einen Screenshoot hier von dem wunderbaren Lindner Traktor, der beim Sehen ist. So, und zwar einmal von dieser Seite und einmal von jener Seite. So, da, da. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch wieder mal gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, so wie jeder andere Let's Player auch. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Wie es weitergeht, habe ich in groben Zügen erklärt. Wie es tatsächlich weitergeht, werdet ihr sehen. Wenn der chaotische Andertäker wieder mal die Maus bewegt. Ich sag danke fürs Zusehen, Leute. Und... Tschüss! Schlimmungszehend Sch Außerdem 1 .